Hallo und herzlich willkommen zu einem Update für unser Investitionsdepot Starter. Heute ist Mittwoch, der 1. März und wir werden uns nun aufgrund einer Veränderung eine Aktie anschauen. Das ist Linde. Da gibt es etwas zu wissen, zu tun oder zu beachten. Und wir werden alle Schritte durchgehen und auch genau zeigen, wie wir vorgehen. Für alle, die mit dem Investitionsdepot Starter nur mal kurz reingeguckt haben, wir befinden uns im Fundament. Das bedeutet, wir richten uns ja an diejenigen, die sich ein breites und solides Aktienfundament aufbauen möchten. Und das IVD Starter ist ja nur ein Teil davon. In den letzten Jahren haben wir dazu Online-Seminare gemacht. Und dieses Jahr haben wir mal wieder ein Präsenz-Seminar abhalten können. Hier seht ihr mal einen Screenshot. Und da besprechen wir genau diese Dinge, nicht das IVD Starter. Die Aktien hatten wir zwar auch dabei, sondern das große Investitionsdepot, das wir haben. Da gibt es Neuerungen, da gibt es Optimierungen, da gibt es Veränderungen, die wir einhalten. Und eine der Veränderungen, die betrifft auch unser IVD Starter. Dazu gleich mehr. Zuerst aber mal, wir und unser Team stehen dann euch zur Verfügung. Und ihr werdet uns auch in den kommenden Webinaren, in den Videos und in den Kommentaren immer mal wieder lesen. Ja, und da würde ich sagen, steigen wir mal ein. Das, was ihr hier seht, ist mal folgendes. In schwarz habe ich euch den Depotverlauf der fünf Aktien, die wir im Depot haben, seit 1998 eingeblendet. Das ist die schwarze Linie. Und die grüne und die lilane Linie, das sind Indizes. Das wären sozusagen ETFs als Vergleich im selben Zeitraum. Und du siehst in blau eine Linie, die deutlich ruhiger und mittlerweile auch deutlich besser als das Original abschneidet. Und das ist eine Variante des Investitionsdepot-Starters, wo wir die Aktienauswahl einmal im Jahr neu balancieren, also wieder gleich gewichten. Und uns einen gewissen Cashbestand auch für Absicherungen, für Short Trading parat halten. Und das siehst du, diesen Effekt in den Bärenmarktphasen. Da ist unser Depot deutlich ruhiger und in der Summe dann auch etwas erfolgreicher. Aber dieser Effekt, der zeigt sich in der Regel erst dann besonders intensiv, wenn man größere Depots mit nicht nur fünf, sondern eben allen 21 Aktien an sich hat. Hier habe ich dir genau diese schwarze, diese blaue und jetzt in lila die Linie unseres Gesamtdepots eingezeichnet. Und du siehst, es wird noch ruhiger und es wird noch erfolgreicher. Und das ist gerade für diejenigen unter euch, die etwas größere Depots haben, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da werden wir demnächst im Investitionsdepot wichtige Updates zu machen, wie ihr solche Entwicklungen mit uns zusammen, ja auch in Zukunft mitmachen könnt. Ja, starten wir ein. Eine unserer Aktien, die wir im Depot haben, ist die Linde. Und die Linde gehört in unser Fundament. Und was macht die Linde? Das ist typischerweise eine deutsche Aktie gewesen. Die wurde hier in Frankfurt im deutschen Raum besonders intensiv gehandelt. Das war der Haupthandelsplatz. Und die möchte nach Amerika. Das bedeutet, sie will wechseln. Und da schauen wir gleich nochmal genauer hin. Linde ist hier in dieser Übersicht bei uns Platz 3. Und wir gucken uns die auch gleich nochmal genauer an. Im Anschluss werde ich euch nochmal ein paar Worte zu Johnson & Johnson Update folgt und zu PepsiCo Update folgt ebenfalls sagen. Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Linde. Linde will den deutschen Börsenplatz verlassen. Und die Frage, die im Raum steht, ist da für uns etwas zu tun? Das haben wir übrigens im Seminar geklärt. Aber ich gebe euch die wesentlichen Punkte hier weiter. Du siehst, es gab eine Benachrichtigung am 23. Februar. Linde vor letztem Schritt für Reorganisation und den Börsenabschied in Frankfurt. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, behalten wir eine Linde oder nicht? Wir bleiben in Linde investiert, weil wir sie weiterhin fundamental, aber auch eben insgesamt gut aufgestellt sehen. Und sie bleibt im IVD und natürlich auch im IVD-Starter. Das heißt, wir wollen die Aktie in unserem Bestand behalten. Und die wird weiterhin auch in Deutschland handelbar sein. Also das wird nicht das Problem sein. Auch wenn der Haupthandelsplatz dann nach Amerika wandert. Denn wir können hier in Frankfurt auch Aktien wie Microsoft, Apple und Google kaufen. Das ist nicht das Problem. Und eine Frage, die an uns herangetragen wurde ab und zu war, wie sieht denn das aus? Wenn Linde den DAX verlässt, dann fliegt die ja auch aus allen möglichen ETFs raus. Und da kann ich nur beruhigen. Ja, sie fliegt aus den ein oder anderen ETFs raus. Aber sie kommt in andere ETFs natürlich auch rein. Linde hat es geschafft in den S&P 500. Und da gibt es natürlich viel, viel größere ETFs. Von daher sehen wir da keine Problematik auf uns zukommen. Ja, und wir haben gestern diese Nachricht bei unserem Broker hier bekommen. Und da steht drin, eine Auswahl. Wenn du Aktien hast, kannst du eine Wahl treffen. Ich nehme mal das Wichtigste vorweg. Wir werden auf dieses Schreiben nicht reagieren. Das heißt, wir werden nicht eingreifen. Wir werden uns nicht registrieren, melden oder irgendwelche Dinge verändern wollen. Und was passiert dann? Unsere Aktien werden dann, wenn wir uns nicht melden, 1 zu 1 umtransferiert von der europäischen Variante in die US-Dollar-Variante. Und dabei ist kein Handlungsbedarf erforderlich. Wenn man jetzt hier aktiv werden will und sagt, naja, ich habe 10 Aktien, ich will aber nur 5 oder die Hälfte oder nur ein Teil davon in die US-Dollar-Variante transferieren. Dann kann man das dort angeben. Und was bleibt mit der übrigen Aktie? Naja, die wird von deinem Broker dann verkauft und dir als Cash gut geschrieben. Das heißt für uns, wenn wir die Aktie behalten wollen und wir wollen diese Aktie behalten, dann ist kein Handlungsbedarf da. Und das wollte ich dir hier oder wir wollten das euch an der Stelle mitgeben, dass ihr euch von einer solchen Nachricht nicht irritieren lasst. Was passiert, wenn ich die Aktie jetzt aktuell kaufen wollte? Bei unserem Broker ist gerade dann so ein kleines Dreieck mit einem Ausrufezeichen. Sie ist gerade vom Handel ausgesetzt. Das kann jederzeit wieder rausgenommen werden. Das siehst du, dieser Prozess der Umstrukturierung erfolgt dort gerade. Und im Anschluss wird sie wieder regulär handelbar sein. Gut, ja, damit sind wir soweit durch. Bei Linde ist also kein Handlungsbedarf nötig. Gehen wir nochmal zu Johnson & Johnson. Wir haben uns im Seminar dazu durchgerungen, sie aus dem Depot herauszunehmen. Das betrifft in dem Fall nicht nur unser Investitionsdepot, sondern auch hier diese Startervariante. Und was war passiert? Es gibt Geruchsurteile und es soll Asbest im Babypuder, im Talkum drin sein. Und das wird vor Gericht ausgefochten. Und Johnson & Johnson hat versucht, das Ganze auszugliedern. Aber das Gericht hat gesagt, nee, liebe Leute, das dürft ihr so nicht. Und das könnte zu Problemen in der Zukunft führen. Könnte, wir werden nicht wissen. Wir wissen nicht, wie die sich vor Gericht einigen. Ob sie da noch hin oder her schieben. Wir wollen die Aktie rausnehmen und durch PepsiCo ersetzen. Das sind beides sehr unwolatile Aktien. Aber zu beiden werden wir euch noch umfassende Updates zur Verfügung stellen. Die sind gerade in Bearbeitung. Da recherchieren wir gerade die Feinheiten im Hintergrund. Und dann werden wir euch die Aktionen natürlich auch genau mitteilen. Auch im Rahmen hier des IVD-Starters. Ja, da möchte ich euch nochmal hier die Entwicklung zeigen, unseres Investitionsdepots, wenn man gekauft hätte, schon vor 25 Jahren oder hier in der Finanzkrise, als Referenz, um zu schauen, wie wäre was gewesen. Was will ich damit bezwecken? Ich will einfach zeigen, dass das eine stabile Variante in den letzten Krisen war. Vor uns liegt möglicherweise noch eine intensive Phase. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten in den Webinaren sehr, sehr genau beurteilen. Und da wird es das Thema geben, auch der Absicherungen. Ja, und da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Grundsätzlich in solchen Phasen wie jetzt sammeln wir sukzessiv, nicht alles auf einmal, genau diese 21 Investitionsdepot-Aktien ein. Aber natürlich nicht alle gleichförmig, sondern die, die besonders gerade abgestraft werden, die sammeln wir bevorzugt ein. Sie gibt es gerade sehr, sehr günstig. Da helfen wir euch gerade mit jede Menge Videos. Und wir machen demnächst nochmal eine Ergänzung, denn diese großen roten Flächen hier kann man nochmal deutlich verbessern oder reduzieren die Schwankungsbreite. Da gibt es Short-Strategien. Wer bei uns nicht im TB-Service ist, der kennt sie vielleicht aus unseren kostenfreien Webinaren, wo wir das eine oder andere Mal auf Short-Strategien eingehen. Wenn du sie nicht kennst, komm bei uns in den TB-Service. Da werden wir sie demnächst zum Thema haben. Und du hast diese Signale auch schon jetzt, wenn du willst, bei uns im TB-Service im Bereich WWA und WWA-Hebel. Da laufen auch schon die ersten Short-Strategien. In den Zusatz-Trades haben wir ebenfalls einen Absicherung-Trade am Laufen. Alle im Gewinn bisher. Und damit wollen wir unsere langfristige Performance glätten und verbessern. Das richtet sich also an diejenigen unter euch, die ihren Vermögensaufbau für die Zukunft etwas, ich sag mal, professioneller angehen möchten. Gut, dann kommen wir zum Schluss hier zu der Vermögenspyramide. Einfach nochmal eine Übersicht für dich. Unser Investitionsdepot-Starter gehört natürlich ins Fundament. Man möchte ja ein Fundament für eine größere Vermögenspyramide aufbauen. Das ist Ziel und Zweck genau dieser Anlageform. Und ja, das gewichten wir natürlich gerade über. Daran hat sich nichts geändert. Ja, und damit bin ich soweit durch. Die wichtigsten Punkte haben wir angeschrieben oder angesprochen. Alles weitere werden wir in den kommenden Webinaren, in den kommenden Videos klären. Du wirst darüber informiert. Wir nehmen demnächst Johnson & Johnson raus und werden sie durch PepsiCo ersetzen. Ja, und auf diesen Prozess nehmen wir euch komplett mit. Ja, und auf diesen Prozess nehmen wir euch komplett mit. Ja, und auf diesen Prozess nehmen wir euch komplett mit. Vielen Dank.